Hallo und herzlich willkommen in meinem Siegzimmer. Wir üben jetzt miteinander die Barcourole im Dreivierteltakt. Kommt her, an die Tasten. Die rechte Hand liegt mit dem Daumen auf dem Zeh, der dritte Finger beginnt auf dem Gehen. 1, 2, 3, E, S, F, E, E, D, F, F, E. Mit den Tönen 3, 4, 4, 3, 3, 2, 4, 4, 3. Und die zweite Zeile. 3, 2, 4, 4, 3, 3. Die dritte Zeile ist genau gleich wie die erste. Und die vierte Zeile ab der 13. 13, 3, 2, 4, 4, 3, 1. Oder E, D, F, F, E, C. Wir spielen ineinander Takt 1 bis 8 mit der rechten Hand. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du siehst, die lange Note im Takt 7 und 8, die wird übergebunden. Das heißt, die hat 3 plus 3 Kläge. In Takt 9 bis 16 klopfe ich den Takt der linken Hand mit. Spielt ihr die rechte Hand allein. 1, 2, 3. F, E, D, F, E, D, F, E, D, F. Rehbar gemacht. Voll vorne. Die linke Hand hat den C. Zwei-Ton-Akkord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt gehe zwei Tonakkord. Und sechs. In Takt sieben und acht könnt ihr, wenn ihr wollt, einfach nur den zehn Zwei-Ton-Akkord spielen. Während die rechte Hand über die lange Note spielt, habe ich mir überlegt, dass die linke Hand eine Melodie spielt. Und C, B, E, F, E, D. Das sind die Töne in Takt sieben und acht mit der linken Hand. Fünf, drei, eins, zwei, drei, vier. Spielt diese zwei Takte einmal mit langsam. Und fünf, drei, eins, zwei, drei, vier. Mit Noten an und C, B, E, F, E, D. In Takt sieben nehmen wir die rechte Hand gleich dazu. Sie spielen den langen Ton E. Das geht zusammen so. Auf die Eins spielt man beide Hände miteinander. Fünf, drei, eins, zwei, drei, vier. Wir gehen weiter in Takt neun. Die Zweierakkorde. Das entspricht der ersten Linie. Und die letzte Linie in Takt dreizehn. Und in Takt fünfzehn und sechzehn könnt ihr entweder einfach nur den C, Zwei-Akkord spielen. Oder ihr macht in der linken Hand die kleine Verziehung. C, E, E, C. Mit fünf, eins, drei, fünf. Spielt mal mit. Eins, eins, drei, fünf. Und die rechte Hand hat dazu den Ton C. Und noch mal. Wir spielen die letzte Linie ab. Drei, zehn, Zweierakkord auf G. Und den Schluss. C, E, E, C. Und einmal das ganze Lied von vorne in langsamem Tempo. Rechte Hand beginnt auf G, linke Hand, Zweierakkord. Zwei-Akkord. So. Ich hoffe, dass ihr es nicht nur anschaut, sondern dass ihr vielleicht auch mitspielt. Barcarola heißt Liegenlied mit einem schaubelnden Dreiertakt. Ich wünsche euch Happy Daying und tschüss bis zum nächsten Mal.